Und hör drauf zu schießen, das ist alles Munition mit der du Leute gehen kannst. Ich hab meinen Mörser noch gar nicht aufgestellt. Wie ist das Passwort? Häng auf, aber... Aber wir können doch doch... Können wir den Mörser auch da hinten aufstellen? Die laufen, die laufen! Okay, die kommen, die kommen! Uiuiui, da geht man! Bitte bittet jemand auf! Pass auf, da kommen zwei durch! Vorne! Ich schalte das auch richtig schnell! Wissen wir ja nach vorne ziehen, einer ist so voll! Irgendwo da? Spartenbette, Spartenbette! So stillen wir jetzt auch für alle Städte auf den Kuhladen! Ich bin zwei, wir müssen die Phase! Jetzt werden die Räume nur so richtig ziehen! Da kommt noch mehr! Ja! Das hat euch Spartenbette! Wir müssen schalten, ja so wie es grad für uns ist, wird's nachher auch... Äh, so wie es grad für den ist, wird's nachher auch für uns, ja... Ja, da ist noch einer! Ja, da ist noch einer! Da ist dann auch... Ich bin aber zick-zack! So, da haben wir noch ganz schön weit! Oh, das geht jetzt nicht! Der lebt noch! Okay, er ist tot! Okay, Alex, ihr habt alle erwischt! Ja, Mann! Ich muss mal immer schießen! Wart das! Alle! Aufladen! Ist das geil! Das macht echt unglaublich was! Trotzdem so! Also, ich hab's Messer raus, dann geht's schneller! Habe ich nur irgendwas sagen lassen! Okay, es geht los! Jetzt los! Go, go, go! Oh! Holy shit! Oh, oh! Oh, oh! Ah, okay! Näher kommen sie nicht! Wir sind da nicht in der Gäste! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Ja, okay, warte! Ich bin verholt! 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 Ist das geil, Alex! Ich bin verholt! Ich bin verholt! Los geht's, los geht's! Go, go, go! Erste Stimme! Oh, oh! Zweile Salve! Komm! Oh, toll! Schein! Nein! Euiuiui! Ich krieg gerade schon! Na, tot! Fuck! Alex, zwei sind neu von der Straße runtergegangen! Darf man dann neu spawnen und weiter und nochmal? Oder wie? Ne, ne! Achso! Ist da irgendwie Spectator-Modus oder sowas? Ah, leider! Oh, sieht das geil aus! Spot, da oder? Das gibt aber trotzdem zwei Minuspunkte! Zwei waren eindeutig links neben der Straße! Von euch aus gesehen rechts! Ups! 0 zu 0! Völlig falsche Lasse! Ne? Ich hab doch eben gesagt, oh nicht, das ist verboten! Es geht los! Seid ihr ready, Alex? Ja, die mag ich auch genauso nämlich! Warte, verarschen Sie sie! Schießen Sie mal so richtig kurz, dass Sie denken, Sie wären ein Stück weiter da hinten sicher! Schießen Sie? Ja, ok! Ich folge mal ein bisschen durch! Geil! Jeder ein, zwei Schuss ziemlich kurz, dann schreien Sie den Fett dahinter auf! Vielleicht haben wir uns die zwei da vorne aufgesprungen! Jetzt kommen sie so langsam! Feuer frei! Das ist geil! Ganz vorne ist noch einer! Ok, der ist weg! Links! Vorne links läuft noch einer! Hält ne, kommen wir noch zwei! Kappen! Ok, der ist gut! Hält ne, sie kamen gerade zu stehen! Ganz vorne rechts! Ganz vorne rechts ist noch einer! Ja, hab ihn! Sehr gut! Na, vorne ist immer noch einer! Ganz vorne ist immer noch einer! Ok! Hab ihn! Dann kommen noch zwei auf jeden Fall! Komm dann noch! Noch! Ah, viel Zeit hinten! Ich weiß nicht, ob die anderen da hinten Zuschauer sind? Nein, durch! Boah, ist das geil! Ja! Hehe! Hehe! Ja, das sind ein bisschen viele Leute dafür! Kommt wir hier durch! Einer gerade vorne! Ok, der ist gut! Einer läuft! Ich spiel's roten auf! Juhu! Hehe! Ich hab mal gehandelt aus so! Dann fällst du doch halt! Nice! Schön! Alles klar! Wir haben's gehabt! So, mit letzteren! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! Klasse! Ja, die kannst du nicht durchführen, oh, jetzt habe ich nichts zur Effektion. Boah, das ist so scheiße zu laufen, weil die ganze Straße kaputt ist. So wieder der Ampel! Oh Gott, 19 HP noch. Nein! Boah, jetzt hat er mich. Noo! Alter! Boah! Boah! Was ist da drüben? Noo! Brennt, ihr Loser! Bei Elo, und weg ist er. Nicht schießen, nicht schießen. Pst, haben wir alle von euch? Pst, dann haben wir mit gewonnen, weil ihr die zwei Strafpunkte bekommen hattet in der ersten Runde. Hier wäre es übrigens, wenn wir ballistische Schilder als zweites eingepackt hätten. Oder wollen wir noch eine Runde machen? Auf, und weg, 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 weg! Wir wollen hoch, weg, 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 weg! Den komm mal, ich bin drauf! Boah, doch, okay, super. Boah, okay. Werk schossen! Was schaut das cool aus?